In der vierten Aufgabe war ein Schaltbild gegeben, das ungefähr so aussah, mit vier Widerständen. Der war 10 Ohm groß, der war auch 10 Ohm groß, dieser Widerstand war auch 10 Ohm groß und der Widerstand hier, der war 5 Ohm groß und diese Klemmen waren bezeichnet mit A, B, C und D und das, was man jetzt machen sollte, war auszurechnen, wie groß der Ersatzwiderstand ist, den man sieht, wenn man von den beiden Klemmen A und B in die Schaltung reinschaut, für den Fall, dass zwischen C und D eben nichts angeschlossen ist, sondern einfach ein Leerlauf ist. So, diesen Widerstand R, A, B kann man recht einfach ausrechnen, indem man hier drauf schaut, aus Sicht dieser Klemme gibt es erstmal einen Widerstand von 10 Ohm und dann teilt sich der Strom auf, dann gibt es eine Parallelschaltung, man kann einmal über diesen Widerstand laufen und zu B zurück und man kann einmal über diese beiden Widerstände laufen und kommt dann zu B zurück. Also plus eine Parallelschaltung von 10 Ohm parallel zu der Reinschaltung von 5 Ohm und 10 Ohm. So, dann muss man das einfach nur ausrechnen, das sind zusammen natürlich 15 Ohm, 10 Ohm parallel zu 15 Ohm, kann man fast noch im Kopf ausrechnen, 10 mal 5 sind 150, geteilt durch 10 plus 5, das sind 25, 150 durch 25 sind 6 Ohm. Also ergibt diese ganze Parallelschaltung 6 Ohm und 10 Ohm plus 6 Ohm sind dann eben zusammen 16 Ohm. Dann sollte man als nächstes ausrechnen, wie groß dieser Widerstand RAB ist, für den Fall, dass hier hinten ein Kurzschluss war oder dass C und D die beiden Pole oder die beiden Klemmen C und D miteinander kurz geschlossen sind. So, wenn diese beiden Klemmen C und D miteinander kurz geschlossen sind, dann fällt natürlich dieser Widerstand hier weg, weil der Widerstand wird ja dann kurz geschlossen, durch den wird kein Strom mehr fließen, der Strom wird eher da hinten lang fließen. Dann kann man in diesem Fall grün wieder aufschreiben. Der Widerstand zwischen den Klemmen A und B ist erstmal wieder die 10 Ohm und dann eben nur noch eine Parallelschaltung von den 10 Ohm hier und den 5 Ohm da oben, weil diese beiden Widerstände hier hinten, das ist ja miteinander verbunden oder kurz geschlossen, sind in der Zeit direkt miteinander parallel geschaltet. 10 Ohm parallel zu 5 Ohm. Die Parallelschaltung von 10 Ohm und 5 Ohm kann man auch ganz gut im Kopf ausrechnen. 10 mal 5 sind 50 und 10 plus 5 sind 15. Naja, 50 durch 15 sind so viel wie 10 Drittel oder 3 1 Drittel. Also kommt hier für diese Parallelschaltung raus 10 Drittel Ohm und dann kann man die 10 und die 10 Drittel Ohm zusammenrechnen und dann sind das zusammen 13 1 Drittel Ohm. Und dann war das Ganze nochmal gefragt, jetzt von der anderen Seite aus gesehen, also der Widerstand aus Sicht dieser beiden Klemmen C und D für den Fall, dass zwischen A und B nichts angeschlossen ist. Und jetzt natürlich ohne diesen Kurzschluss hier, also der Widerstand zwischen den beiden Klemmen C und D. Aber jetzt kann man schauen, aus Sicht dieser Klemme ergibt sich hier erstmal eine Parallelschaltung. Wenn man über die 10 Ohm läuft, ist man direkt schon wieder bei D. Also erstmal 10 Ohm in dem einen Zweig und in dem anderen Zweig gibt es dann einen 5 Ohm Widerstand und hinter dem 5 Ohm Widerstand gibt es eigentlich nur diesen 10 Ohm Widerstand, weil wenn hier hinten ein Leerlauf ist, kann ja kein Strom über diesen Widerstand fließen. Also hat dieser Widerstand überhaupt gar keinen Einfluss aus Sicht der Klemmen C und D auf diese Schaltung, weil kein Strom hier hinten fließen kann, wenn dort ein Leerlauf ist. Also 5 Ohm in Reihe zu 10 Ohm und das Ganze parallel zu diesen 10 Ohm, die wir hier schon hatten. 5 Ohm plus 10 Ohm als Reinschaltung. 5 Ohm plus 10 Ohm sind zusammen wieder 15 Ohm. Und 15 Ohm parallel zu 10 Ohm, haben wir schon mal hier oben gerechnet. Das sind am Ende 6 Ohm. Und das Ganze war jetzt nochmal zu wiederholen für den Fall, dass jetzt A und B miteinander kurzgeschlossen sind, sodass jetzt hier eben ein Strom fließen kann von A nach B und sodass auch dieser Widerstand hier oben, der mit den 10 Ohm, einen Einfluss auf die Schaltung hat. Und auch für diesen Fall können wir den Ersatzwiderstand R, C, D zwischen den Klemmen C und D nochmal ausrechnen. Und für diesen Fall mit dem roten Kurzschluss hier, dann ergibt sich natürlich erstmal wieder der gleiche Widerstand mit den 10 Ohm dort. Und dazu eine Parallelschaltung oder dazu parallel eine Schaltung, die besteht aus diesem 5 Ohm Widerstand. Und nach diesem 5 Ohm Widerstand sieht man, gibt es eine Parallelschaltung von den 10 Ohm hier und den 10 Ohm hier. Die sind eigentlich beide direkt miteinander parallel geschaltet, beginnen am gleichen Knoten, enden am gleichen Knoten, an diesem Knoten hier und dazu in Reihe die 5 Ohm. Also 5 Ohm in Reihe zu einer Parallelschaltung von den 10 Ohm und den 10 Ohm dort. So, und die Reihenschaltung, diese hier, dann parallel zu den 10 Ohm von der Form. Dann kann man auch das wieder ausrechnen, 10 Ohm parallel zu 10 Ohm sind 5 Ohm. Und 5 Ohm in Reihe zu 5 Ohm sind wieder 10 Ohm, sodass hier überbleibt die 10 Ohm parallel zu 10 Ohm und 10 Ohm parallel zu 10 Ohm sind 5 Ohm. Und dann kriegt man als letzten Ersatzwiderstand RCD für den Fall, dass A und B kurzgeschossen sind, 5 Ohm aus. Das war eigentlich der ganze Zauber. Ich denke, was hier den meisten schwergefallen ist, ist zu erkennen, welche Widerstände sind zu welchen in Reihe geschaltet, welche Widerstände sind zu welchen parallel geschaltet. Und vielleicht auch, was verbirgt sich halt dahinter, dass diese beiden Klemmen jetzt leerlaufend sind, sodass dort kein Strom fließen kann, aber eben eine beliebige Spannung abfallen kann. Oder was bedeutet, dass diese beiden Klemmen miteinander kurzgeschlossen sind und sodass eben in diesem Kurzschlussfall keine Spannung über den Klemmen zwischen den Klemmen abfällt, aber eben ein beliebiger Strom zwischen den Klemmen fließen kann.